So, wieder zurück bei meiner Tom-Show. Die hing jetzt bloß ein paar Tage hier, vielleicht drei Tage oder so. Was ist das hier? Ich werde angegriffen von einem Zweig. Das ist eine Kamera, die ist ungefähr acht Jahre alt. Ich wollte jetzt nochmal reinnehmen, um zu zeigen, was so eine acht Jahre alte Kamera kann. So aktuelle Kameras, ist die hier im Vergleich zu der Technik weitaus besser. Obwohl sie halt nicht so eine gute Bildqualität hat. Sie ist acht Jahre alt und sie funktioniert immer noch. Falls einer der Wildkamerahersteller dieses Video sieht, soll er sich ein Beispiel nehmen. Ich zeige euch jetzt die Aufnahmen, die die Kamera gemacht hat. Es sind nur ein paar, aber es sind welche dabei. Bye! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann verpasst ihr die neuesten Videos auch nicht Bis dahin wünsche ich euch alles Gute Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern Ciao Euer Wari Wie soll das erste Kanada werden? Die lag dann Mücken ohne Ende Hatte zum Test Aktuelle Falls irgendeiner Waaaah 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 Waaaah